Der 95-jährige Pfarrer Rolf Sink kämpft unbeirrt für das Recht auf selbstbestimmtes und würdiges Sterben. Es gibt eine Möglichkeit, ein Mensch bei Nächte zu sein, der in einer grossen inneren Not ist, weil er nicht mehr leben mag. Er mag einfach nicht mehr. Und das muss man ernst nehmen. Und nicht ihm noch Angst machen, da mache ich da etwas Sündiges. 1986 verlor Rolf Sink wegen seiner Tätigkeit bei der Sterbehilfsorganisation EXIT sein Pfarramt. Weil er auch im Ausland Menschen zu einem selbstbestimmten Tod verhalf, wurde er viermal verhaftet. Nichtsdestotrotz hat er sich aber nie von seiner Überzeugung abbringen lassen. Das war für mich irgendwie eine Krönung meiner Tätigkeit. Nur zu reden von der nächsten Liebe, das ist etwas ganz Gutes, aber zu wenig. Aber etwas machen für den anderen, das ist ja mehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017